Hallo, ich bin Dominik von testfazit.de. Heute ein kurzes Video-Fazit zum braunen MultiQuick 3 HT450, einem schicken Design-Toaster in weiß-grauer Optik. Der braunen Toaster ist mit allen möglichen Komfortfunktionen ausgestattet. Er besitzt unter anderem eine Krümelschublade zur einfachen Reinigung, einen abnehmbaren Brötchenaufsatz, eine Auftau- und eine Aufwärmfunktion und natürlich eine Stopp-Taste. Besonders hervorzuheben ist der Arretiermechanismus an der Hebetaste. Bei anderen Toastern muss man immer mit einer Hand die Hebetaste aktiv nach oben drücken und hat dann nur eine freie Hand, um eventuell verklemmten Toast herauszunehmen. Beim braunen HT450 kann man den Hebemechanismus arretieren und kann dann beidhändig arbeiten. Optik und Haptik können auf Anhieb überzeugen. Die verwendeten Materialien füllen sich gut an und sind sauber verarbeitet. Alle Bedienelemente lassen sich gut erreichen und sind einfach zu bedienen. Der Brötchenaufsatz lässt sich einfach aufsetzen und steht stabil auf dem Toaster. Neben all der Ausstattung ist das wichtigste an einem Toaster das Ergebnis beim Toasten. Der braunen HT450 toastet gleichmäßig und kann Toast ohne Bräunung, mittlerer Bräunung bis hin zu sehr starker Bräunung toasten. Dieser Toast wurde auf Stufe 4,5 getoastet und erzielte eigentlich eine relativ schöne Bräunung. Der braunen MultiQuick 3 HT450 ist ein Toaster aus dem mittleren Preissegment. Er sieht nicht nur gut aus, sondern kann auch gut toasten. Nicht umsonst ist er im Test auf testfazit.de testiger geworden. Den kompletten Testbericht inklusive Bildern und weiteren Informationen zu diesem Toaster oder auch zu anderen aktuellen Modellen finden Sie über den Link in der Videobeschreibung hier auf YouTube oder unter www.testfazit.de slash toaster. Hat Ihnen dieses Video weitergeholfen, dann würde ich mich über ein Like oder Daumen hoch sehr freuen.